Leo! 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 Der Puschel nervt jetzt. Leo! Kannst du hier nicht verrunden? Leo! Leo! Geh mal ein bisschen näher ran, dass sie nicht immer so wegkriegt. Sie soll nicht da mit dem Kissen bleiben. Mach nicht. Ob sie nah dran ist oder nicht, Felix. Das hat nichts. Die Futter, die will da hin. So, da ist gut, Nicole. Bleib ja genau da. Nimm deine linke Hand noch ein bisschen zurück. Das Kittekett noch ein bisschen näher an den Körper. Danke. Leo! Leo! Nein! Leo! 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 Deine Hand, Nicole? Leo! Leo! Good boy! Leo! Eh! Good! Kann ich einfach da zu dir kommen? Ja, hier, dann so schräg. Ja, nee, da. Guck mal, da mit dem Kumpier an. Ich versuch mal hier hin. Leo! Leo! Leo, guck mal! Nein! Leo, guck mal! Nein! Leo! Leo, guck mal! Nein! Leo! Leo, guck mal! Leo! Leo! Leo, guck mal! Leo, guck mal! Leo, guck mal! Leo! Ja! Gut! No... Yeah! Good-Atlator! Good-Atlator! Let's see. Look. Good-Atlator! Good-Atlator!